Warst du schon mal in Georgien? Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe dir was ganz, ganz Spannendes mitzuteilen. Dieses Video mache ich im wunderschönen Chile in Puerto Varas. Im Hintergrund siehst du den Vulkan. Das Ganze ist bekannt, dieser Ort mit dem See und dem Vulkan. Und ja, es ist ein Touristenort. Sehr, sehr schön, kann ich vollstens empfehlen. Aber in diesem Video geht es nicht um Chile, sondern um Georgien. Und ja, ich habe was ganz, ganz Spannendes da anzukündigen. Denn, wie du sicherlich weißt oder vielleicht schon mitbekommen hast, sind wir nach Georgien so gesehen fest ausgewandert. Wir haben dort eine unserer Basen etabliert. Ich würde sogar behaupten, das ist unsere Hauptbasis geworden und wird auch in Zukunft erst mal so bleiben. Weil Georgien ein ganz, ganz spannendes Land ist. Und das hat verschiedene Aspekte, gerade aus den Aspekten der Flaggentheorie ist Georgien super spannend. Und für unsere Community, für meine Community, wo du ja auch dazugehörst, haben wir uns was vorgenommen, Dora und ich. Und wir wollen etwas ganz, ganz Spezielles anbieten. Und zwar ein bis zweimal im Jahr Community-Reisen nach Georgien. Also das heißt, wenn ich auch da vor Ort bin. Ich bin natürlich nicht das ganze Jahr überall in Georgien. Ich bin immer ein paar Wochen, ein paar Monate in Georgien. Und in diesem Zeitraum wollen wir halt extra Community-Reisen mit mehreren Leuten aus unserer Community, sagen wir mal so 20 bis 30 Leuten, organisieren. Und da schauen wir uns Tiflis an, die Hauptstadt und verschiedene andere Sachen, worauf ich gleich eingehe. Und die zweite Möglichkeit, die wir geschaffen haben, ist, das fast ganzjährig zu machen. Weil die Dora dort aktuell lebt. Die verwaltet unseren Hauptwohnsitz dort, so gesehen, unsere Hauptbasis. Und sie ist die meiste Zeit des Jahres dort. Zwar nicht immer, aber einfach die meisten Monate des Jahres. Und dementsprechend kannst du Dora besuchen gehen. Und Dora macht mit dir dann alleine eine private Stadtrundführung mit Flaggentheorie-Tour. Und zeigt dir die Stadt, zeigt dir aber auch die Möglichkeiten in Georgien. Und da ist Georgien wirklich super spannend im Sinne der Internationalisierung, Flaggentheorie. Fangen wir vielleicht an mit einer Möglichkeit, die wir ganz neu geschaffen haben, die wir auch fest etablieren in Georgien. Wir machen unsere eigene Gründungskanzlei. Das heißt, wir helfen Menschen dort, Firmen und Einzelunternehmen zu gründen. Georgien ist da sehr, sehr spannend. Es hat ein Flatrate-Steuersystem, könnte man so sagen. Bei der Körperschaftssteuer liegt dieses bei 15%. Und es gibt dann aber so spezielle Lizenzen, die man beantragen kann. Eine IT-Lizenz. Und ich habe dazu auch schon einen Blogartikel geschrieben. Weitere Informationen findest du natürlich hier auf dieser Webseite. IT-Lizenz bedeutet, dass diese 15% Körperschaftssteuer und auch die Umsatzsteuer für alle IT oder genehmigten IT-Dienstleistungen, die man mit dieser Firma ausführt, genullt werden. Das heißt, man zahlt keine Körperschaftssteuer mehr. Man zahlt auch keine Umsatzsteuer für diese Umsätze. Und dementsprechend ist man so gesehen legal steuerfrei vom Finanzamt in Georgien genehmigt. Und das ist natürlich hochspannend, weil sehr, sehr viele ortsunabhängige Unternehmer natürlich über das Internet arbeiten. Und alles, was mit dem Internet zu tun hat, ist IT. Und zusätzlich gibt es dann noch die Möglichkeit, ein Einzelunternehmen in Georgien anzumelden. Ein Small Business, wo man auf den Umsatz, also auf den Umsatz, nicht auf den Gewinn, ein Prozent Steuern zahlen muss, bis 500.000 Lari im Jahr. Also das heißt, man kann 500.000 Lari im Jahr verdienen. Das sind so circa 165.000 Euro. Es kommt natürlich immer darauf an, wie der Wechselkurs aktuell steht von Euro zu Lari. Und auf diese 500.000 Lari Umsatz im Jahr zahlt man dann ein Prozent Steuern. Und das ist wirklich richtig krass, weil gerade bei vielen Freelancern oder bei ortsunabhängigen Unternehmern sind 165.000 Euro sehr, sehr viel, weil Umsatz meistens gleich Gewinn bedeutet. Also Internetunternehmer haben relativ wenige Kosten. Es kommt natürlich darauf an, was man betreibt. Und dadurch, dass man so wenige Kosten hat, kann man eigentlich sagen, der Umsatz ist fast schon Gewinn. Und wenn man dann 165.000 Euro im Jahr knapp verdienen kann und dann nur ein Prozent darauf zahlen muss, ganz legal, dann ist es versteuert. Man kriegt eine Steuererklärung dafür und alles Mögliche. Dann ist es hoch spannend. Man hat legal sein Business, sein Einzelunternehmen in einem Land angemeldet. Man kann legal Rechnungen schreiben, die anerkannt werden, weil Georgien ein Doppelbesteuerungsabkommen hat, halt auch mit Deutschland zum Beispiel oder mit der DACH-Region. Es gibt ein Freihandelsabkommen zwischen EU und Georgien. Und ja, Georgien ist da schon anerkannt, auch wenn viele Leute das nicht wissen. Was auch interessant ist von der Weltbank, 2018 ist der neue E-of-Doing-Business-Index rausgekommen und dort belegt Georgien Platz 6 weltweit. Das muss man sich mal vorstellen. Das heißt, Platz 6 Länder wie Neuseeland, Singapur, Hongkong, Dänemark, diese Länder sind in den Top 5. Und Georgien kommt auf Platz 6 weltweit. Es misst sich so gesehen mit diesen Ländern. Und das ist eine Sache, die sehr viele Leute nicht wissen. Auch wenn man sich den Numbeo-Crime-Index anschaut, ist Georgien das sechst sicherste Land der Welt. Und das ist wirklich, das ist richtig krass. Und viele Menschen wissen das nicht. Viele Leute unterschätzen Georgien komplett. Wir haben, ja, wir haben schon viele Unternehmer in Georgien selbst getroffen und die dort auch Unternehmen haben, die auch in die Dachregion Rechnungen stellen. Die sagen, wir haben nie Probleme mit deutschem Finanzamt oder sowas gehabt. Die Rechnungen werden immer anerkannt und so weiter und so fort. Also Georgien ist schon eine Jurisdiktion, die viele Leute nicht auf dem Schirm haben und auch unterschätzen meiner Meinung nach. Klar, es ist nicht alles Gold, was glänzt. Und es gibt auch Probleme in Georgien, so wie in jedem Land. Aber generell kann gesagt werden, es ist ein sehr, sehr spannendes Land. Und über uns, wir können halt dir helfen, dort deine Firma zu registrieren, dein Einzelunternehmen, IT-Lizenz zu beantragen und so weiter und so fort. Also da gibt es natürlich verschiedenste Möglichkeiten. Und wenn wir jetzt so eine Community-Reise machen oder du bei Dora so eine Flang-Theorie-Tour buchst, dann ist natürlich die Möglichkeit da, dich direkt mit unseren Partnern zu treffen. Wenn wir die Community-Reise machen, organisieren wir natürlich auch ein Treffen mit unserer deutschen Buchhalterin, beziehungsweise es ist eine Georgierin, die Deutsch spricht. Die hat in Deutschland damals sehr lange für ein deutsches Unternehmen gearbeitet, in der Buchhaltung, das heißt, sie hat die deutsche Gründlichkeit in der Buchhaltung gelernt. Sie kennt sich perfekt aus in Georgien mit den Steuergesetzen und sie macht halt für uns alles. Und ja, wenn wir so ein Community-Treffen haben oder auch die Flang-Theorie-Tour, wenn du das einzeln machst, dann hast du die Möglichkeit, dich direkt mit dieser Frau zu treffen und alle Fragen zu stellen und dann halt auch direkt über uns letztendlich ein Unternehmen zu gründen. Und dann natürlich in Zukunft auch die Buchhaltung über sie laufen zu lassen, dass du da jemanden ordentliches direkt hast. Weil das Problem in Georgien ist nämlich, dass das System zwar sehr, sehr effizient ist und es sehr einfach ist, so gesehen, ein Unternehmen zu gründen, wenn man gewisse Kriterien beachtet. Allerdings, wenn man die Sprache nicht kann und wenn man keine Kontakte nennen kann, ist es trotzdem noch ein bisschen schwieriger. Man muss schon genau wissen, wie es funktioniert. Man braucht auch eine Adresse zum Beispiel im Land, um ein Unternehmen zu registrieren. Und wenn alles auf Georgisch ist und die georgischen Schriftzeichen aussehen, wie in Thailand, ja, die Schriftzeichen, dann ist es sehr, sehr schwierig, da überhaupt irgendwie in Kommunikation zu treten mit den Registerbehörden und alles Mögliche und die Lizenzen zu beantragen und so weiter und so fort. Und deswegen macht es halt Sinn, auf jeden Fall das über eine Agentur zu machen beziehungsweise über unsere Hilfe, wo man direkt einen Dolmetscher dabei hat, dass man das halt direkt von Anfang an ordentlich aufsetzt. Ja, genau. Das ist mal Punkt 1, Unternehmen in Georgien. Und Punkt 2 sind die Bankkonten in Georgien. Geschäftskonten für lokale Unternehmen, also für LLCs, die man natürlich vor Ort registriert, kriegen ganz einfach auch Geschäftskonten. Ausländische Unternehmen kriegen keine Geschäftskonten in Georgien, das kann man vergessen mittlerweile. Da hat die Nationalbank in Georgien einen Riegel vorgeschoben. Aber Privatkonten sind noch sehr, sehr einfach zu eröffnen. Das heißt, wenn wir so eine Community-Reise machen, hast du nicht nur die Möglichkeit, dort Unternehmen zu gründen für dich oder ein Einzelunternehmen, sondern auch direkt Bankkonten zu eröffnen. Und wir haben da aktuell zwei Banken. Es gibt zwei große Banken, die TPC Bank und die Bank of Georgia. Und ihr habt einen Ableger, die Solobank, das ist das Private Banking von denen. Und dort hast du die Möglichkeit, direkt bei beiden ein Konto zu eröffnen. Und Georgien ist halt außerhalb der EU. Es ist zwar ein assoziierter Staat, es hat sehr, sehr viele Abkommen mit der EU und wird dadurch auch anerkannt und hat viele Möglichkeiten. Aber es ist jetzt nicht direkt ein EU-Staat. Das heißt, die Gesetze der EU finden keine Anwendung dort. Das heißt, Georgien kann noch eine gewisse Art und Weise machen, was es möchte, ohne dass es auf Brüssel hören muss. Und das macht es spannend. Und Georgien weiß das auch und wendet das auch an. Es gibt zum Beispiel aktuell, die haben zwar schon den Daten, also das CS-Abkommen, Common Reporting Standard, der automatische Informationsaustausch, der jährlich stattfindet, haben die zwar schon unterschrieben, aber es wird noch nicht angewendet in Georgien. Das heißt, die spielen mit und sagen, wir unterschreiben es schon mal, aber aktuell findet es halt noch keine Anwendung, was natürlich schon mal super spannend ist. Das heißt, man hat ein Konto mit mehr Privatsphäre, mehr Diskretion. Was meiner Meinung nach sehr, sehr wichtig ist, wenn ich Auslandskonten besitze, dass ich einfach, ja, Privatsphäre ist Menschenrecht meiner Meinung nach und das sollte nicht angetastet werden. Das bedeutet natürlich nicht, dass wir Steuern hinterziehen können oder dürfen. Ja, das ist illegal. Man kann es legal so strukturieren, dass man halt legal kaum noch Steuern zahlen muss. Okay, aber dann legal und ein Auslandskonto an sich ist halt eben nichts Illegales, wenn man halt alle Sachen macht, ordentlich angebt in seine Steuererklärung, wenn man darüber Zinsen einnimmt oder und so weiter und so fort. Ja, also das ist klar. Aber es ist für mich meiner Meinung nach noch wichtig, dass man halt ein Konto hat mit mehr Privatsphäre. Und die meisten Nationen, die damals dafür bekannt waren, wie zum Beispiel die Schweiz oder sowas, die haben schon lange nicht mehr diese Privatsphäre, auch Singapur nicht. Und hier hat halt Georgien noch einen ganz klaren Vorteil. Man kann sehr, sehr einfach sein Konto öffnen, einfach mit einem Reisepass. Du kommst dann, wir gehen zusammen. Die Dora hat da Pamphlets vorbereitet, also ganze, du kriegst unsere Georgien-Ausgabe von Global Citizen Explorer, wenn du dabei bist bei einer unserer Reisen. Du kriegst zusätzlich, haben wir ein extra Banken-Insider-Buch geschrieben, so ein kleines E-Book, das wird alles ausgedruckt. Das kriegst du dann als, ja, on top obendrauf, ja. Und da sind sehr, sehr viele Insider-Informationen auch nochmal drin und du bist genau vorbereitet, wir reden darüber und dann gehen wir alle zusammen zur Bank und können halt, jeder für sich kann dann halt sein Konto eröffnen, ja. Und wenn er möchte, dann auch direkt bei zwei Banken. Was auch noch ziemlich cool ist in Georgien, du hast die Möglichkeit, dort sehr, sehr gute Kreditkarten zu bekommen. Ich habe eine Visa-Platinum-Karte und die zu bekommen in europäischen Staaten ist sehr schwierig. Man muss sehr hohe Einzahlungen tätigen, um so eine Platinum-Karte zu erhalten. Und das ist auch ein Priority-Pass-By, das heißt, ich kann halt auch in Launches, habe Launch-Zugang, muss dafür natürlich zahlen für jeden Eintritt, aber ich habe die Möglichkeit, auch in Launches am Flughäfen dadurch zu kommen. Und das kostet mich im Jahr so circa 60, zwischen 60 und 70 Euro, diese Kontoführungsgebühren. Dafür habe ich eine hoch anerkannte Debit-Karte, ja, Visa Platinum. Und das ist, ja, das in anderen Ländern zu kriegen, ist nicht so einfach. Ja, das heißt, man kann vielleicht Auslandskonten haben, aber die Karten sind einfach schlecht, ja. Und das habe ich in Georgien eben nicht. Und das ist halt wirklich ein weiterer Vorteil. Also es ist sehr, sehr einfach, dort einfach nur mit Reisepass, ohne Wohnsitznachweis, ein Konto zu eröffnen, immer noch. Man weiß natürlich nicht, wie lange das noch der Fall sein wird. Ja, es kann sein, dass es in zwei, drei Jahren oder im nächsten Jahr schon komplett anders sein wird und es nicht mehr möglich ist, ja. Aber aktuell ist es halt noch möglich. Man hat Diskretion, dadurch, dass der Informationsaustausch noch nicht angewendet wird. Man hat sehr, sehr gute Karten, also Karten, um das Konto halt auch im Ausland verwenden zu können. Da haben wir auch noch verschiedene Tricks, um Rechnungskurse oder Umwechselgebühren zu sparen. Ja, und dann sind die Kontoführungsgebühren auch noch sehr, sehr niedrig. Das muss man auch noch dazu sagen. Also für das, was man bekommt, ist es wirklich, ja, ein Apfel und ein Ei, würde ich so sagen, Kontoführungsgebühren. Und das macht halt letztendlich Georgien so spannend, einfach dort ein Konto zu haben, dass man sich weltweit diversifiziert, weltweit aufstellt, eben nicht nur alles in einem Land hat oder, ja, in einer Union oder in anderen, ja, irgendwie alles auf einen Haufen so gesehen, ja. Lieber streuen. Und das kann man mit Georgien sehr gut machen. Ja, und dafür haben wir halt, wie gesagt, einmal eine Community-Reise, die einmal oder zweimal im Jahr stattfindet, wenn ich halt auch selbst da bin, dass halt du mich auch kennenlernen kannst, dass wir vielleicht auch noch zusätzlich ein Beratungsgespräch machen können oder was weiß ich. Ja, aber einfach, das haben wir uns gedacht, dass wenn ich dabei bin, das macht Sinn für die Community, dass ich dabei bin und du mich kennenlernen kannst, ja. Dafür haben wir dann Community-Treffen mit mehreren Leuten, schauen wir uns verschiedene Aspekte an, Unternehmensgründungen, Konteneröffnungen. Wir fragen natürlich auch für Investmentmöglichkeiten. Wir haben vor Ort sehr, sehr gute Kontakte für Investments in Georgien, weil man dort auch einen Wohnsitz bekommen kann, wenn man sich Immobilien kauft, eine gewisse Summe. Wir haben Leute, die dort Plantagen besitzen, in die man investieren kann. Also da gibt es noch verschiedene weitere Möglichkeiten, die wir da noch dranhängen können. Das wird dann halt ein, zweimal im Jahr stattfinden mit 20 bis 30 Leuten, eine richtige Community-Reise. Wir schauen uns dann natürlich die Stadt auch noch an, Stadtrundführungen. Vielleicht gehen wir mal zum Weingut oder... Da gibt es so viele Möglichkeiten. Tiflis hat wirklich so eine geniale Kultur und alles drumherum. Wir können da so viel machen und da werden wir dann immer schauen von Reise zu Reise, was wir dann neu machen. Und das findest du dann halt auch alles auf dieser Webseite, die genauen Informationen zu der Reise. Und ansonsten, wenn ich nicht da bin in Tiflis, irgendwo anders bin, dann ist Dora sehr wahrscheinlich da. Und dann kannst du halt unterjährig fast jederzeit halt mit Dora ein Einzeltreffen buchen und ja, mit Dora sich die Stadt anschauen, die Flaggentheoretur machen, alles, was da drin inkludet ist. Du findest das jetzt auch alles auf der Webseite ganz genau, die Details-Infos dazu. Und ja, in diesem Sinne freue ich mich, wenn du dann dabei bist, hoffentlich, bei unserer Georgien-Community-Reise oder bei der Flaggentheoretur von der Dora. Und alle weiteren Informationen, wie gesagt, auf dieser Webseite jetzt. Ich wünsche dir alles Gute. In diesem Sinne, alles Liebe hier aus dem wunderschönen Chile. Ciao, ciao.